Wunderschönen guten Abend! Guten Abend Dobrovecce! Ich lebe jetzt seit 15 Jahren in Deutschland und die meistgestellte Frage in den letzten 15 Jahren war, Boris, warum kamst du nach Deutschland und wann gehst wieder? Angefangen hat alles mit meinen Eltern. Eine Eltern waren Gastarbeiter, kam 1968 nach Deutschland und wollte nur ein Jahr bleiben. Und da kam erst 1969 und da dachte ich mein Vater, ach komm, ich bleibe noch ein Jahr, nehme das Weihnachtsgeld mit und nächstes Jahr gehe ich. Da kam das Jahr 1970 und da dachte ich mein Vater, ach komm, ich nehme noch einmal das Weihnachtsgeld mit und dann gehe ich. Dann kam das Jahr 1971 und so ging das bis 1982 und statt Weihnachtsgeld kam ich. Und da dachte ich mein Vater, ach komm, nehme ich auch mit. Ich wurde in Mannheim geboren, 82 und gucken Sie mich mal an, bei meiner Geburt maß ich 59 Zentimeter und wog 4900 Gramm. Ich war Rainer Kallmund unter den Säuglingen. Man hat zu meiner Mutter nicht gesagt, Frau Stelia, sie ist schwanger, sondern Frau Stelia, sie ist sehr schwanger. Und ich war in zig Decken eingewickelt, in sieben Decken. Ich sah aus wie eine ägyptische Mumie. Ich muss mir vorstellen, in sieben Decken war ich. Eigentlich hätte ich Kohlrollade heißen müssen. Und das geilste war, als mein Vater im Sommer da war. Papa, ich will den Bagger. Nein, gibt's nicht. Und da habe ich ihn so mit meinen Rehaugen angeguckt. Da hat er mir alles gekauft. Papa, ich will ein Auto. Am nächsten Tag war ein Auto da. Papa, ich will einen Bagger. Am nächsten Tag war der kleine Bagger da. Papa, ich will schon einen kleinen Teddybär. Am nächsten Tag war der Teddybär da. Alles, was ich wollte, war am nächsten Tag da. Wenn man das so sieht, war mein Vater eigentlich die Vorstupe von Amazon Prime. 1990 bekam ich sogar einen eigenen Computer. Commodore 64. Ich glaube, ich glaube, das war der einzige Computer auf dem ganzen Balkan. Die Nachbarn dachten, wir arbeiten beim Geheimdienst. Dann 1991 kam der beschissene Balkankrieg zwischen Serben und Kroaten. Jetzt war die Problematik in der Familie. Meine Mutter ist Kroatin und mein Vater ist Serbe. Bomberstimmung. Die Frontlinie verlief durch das elterliche Schlafzimmer. Das ist wirklich, das können Sie sich nicht vorstellen, das ist genauso, als würde heutzutage Merkel mit Erdogan ins Bett gehen. In den 90er Jahren viele Mischehen wurden in Kroatien geschieden. Ich kann mich gut erinnern, dass meine Mutter zu meinem Vater sagte, du, ich hau dir nicht die Rübe ab, weil du Serbe bist. Aber wenn du meinst, die serbo-kroatische Volkerfreundschaft mit unserer Nachbarin Jandraka vertiefen zu wollen, schneide ich dir die Glocke ab. Ich war damals neun Jahre alt. Ich schwöre es Ihnen, ich habe das ganze Haus durchsucht, wo mein Vater die Glocken versteckt hat. Und nicht nur Papa Serbe, Mutter Kroatin. Die Problematik beginnt in der Religion. Meine Mutter ist Kroatin, römisch-katholisch. Mein Vater ist Serbe, russisch-orthodox. Auf meiner Geburtsdokunde steht wirklich wahr, ich bin ein serbo-kroatischer, russisch-orthodoxer Katholik. Das ist so ein bisschen wie wenn sie chinesisch essen gehen auf der Speisekarte. Die Nummer 17, die acht Kostbarkeiten. Unterschied zwischen beiden Religionen ist noch zum Beispiel, die Katholiken bei uns in Kroatien bekreuzigen sich mit der geraden Hand und nur einmal. Die Serben bekreuzigen sich mit drei Fingern dreimal. Komm Gott, gib dir einen Ruck. Du willst es doch auch. Was aber interessant ist zum Beispiel, die Zeugen Jehovas, die kreuzigen sich gar nicht. Gut, die haben keine Zeit, die müssen klingeln. Was auch sehr interessant ist zum Beispiel ist, die serbischen Pfarrer sind nicht rasiert. Ein orthodoxer Pfarrer, wenn er Pfarrer wird, darf sein Bart zwölf Jahre lang nicht abrasieren. Wissen Sie, was da los war? Die haben schon richtige Bärte, lange Bärte, lange. Als unser orthodoxer Pfarrer aus dem Dorf sein Bart nach zwölf Jahren abrasiert hat. Fragen Sie mich nicht, was er da alles gefunden hat. Ich glaube, verhungertes Tamagotchi. Interessanterweise, die katholischen Pfarrer bei uns in Kroatien sind glatt rasiert. Ja, also oben. Ne, also unten weiß ich nicht. Ne, wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich war kein Messdiener. Ich will wirklich sagen, ich hatte eine wunderschöne Kindheit in Kroatien. Mein einziges Problem war, ich musste samstags zur Schule. Aber ich dachte, nein, ich möchte nicht zur Schule. Samstags. Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen. Das ist wirklich wahr. Mit sieben Jahren hatte ich meine erste Theaterrolle im Krippenspiel. Ich war die Maria. Wissen Sie, wie beschissen das war? Ab dem siebten Lebensjahr war ich Jahr für Jahr die beschissene Maria. Bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr. Wissen Sie, wie schlimm das war? Wie schlimm das ausser irgendwann Maria Meter neunzig, Josef Meter zehn. Ich habe dem kleinen Jungen schon über die Bühne geschleift. Und da habe ich festgestellt, oh, Theater macht mir Spaß. Ich mache das beruflich. Ich werde Schauspieler. Sie müssen sich vorstellen, als ich, mein Vater sagte, Papa, ich will Schauspieler werden. Mein serbischer Vater guckt mich an und sagt, Boris, du kannst mir ruhig sagen, dass du schwul bist. Ich sage, Moment mal, Papa. Männliche Schauspieler müssen nicht zwangsläufig schwul sein. Da guckt er mich an und sagt, ja, nee, ist klar. Maria. Und dann bin ich auf die Schauspielschule nach Zagreb, Hauptstadt in Kroatien. Wissen Sie, was sie da drei Jahre lang machen? Stimm- und Sprechtraining. Das funktioniert so dermaßen. 20 Studenten wälzen sich auf den Boden hin und her und machen Stimm- und Sprechtraining. Das sieht dann so aus. Drei Jahre lang. codinistischt höre razor, btw. Ba, 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 btw, 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 mom, btw, babe, baba. . Alter. Wenn da jemand vorbeigekommen wäre, dachte ich, bei uns ist Geburtsvorbereitungskurs. Ba, 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 btw. Und da bin ich von jetzt auf nachher nach Deutschland. Kennen Sie noch Ivo Robitsch? So die reifere Jugend unter uns. Ivo hatte diesen Hit. Morgen, morgen. Und das war so ein toller Typ. Gucken Sie sich mal bitte seine Aufnahme auf YouTube. Damals von früher von Ilja Richter und so. Der hatte eine spezielle Technik, der gesungen hat. Er hat seinen Text ins Publikum gesungen. Und bei den Passagen, wo kein Text war, wo nur Melodie war, hat er ganz dezent in die Kamera gegrinst. Ganz dezent. Das sah dann immer so aus. Morgen. Morgen. Lacht uns wieder das Glück. Gestern. Gestern. Ich schon so lange zurück. Aber damals bei uns in Kroatien, Samstag war Badetag. Wir waren fünf Leute im Haushalt. Ich kam als fünftes dran. Vier Leute waren vor mir dran. Meine Mutter hat das Badewasser nicht gewechselt. Du bist noch sehr jung. Weißt du, wie eklig das ist? Wenn vier Leute vor dir gebadet haben. Ich hatte das Gefühl, ich war schmutziger als vorher. Ohne Witz, du lachst. Ich kam mir vor wie ein Frosch, der leischt. Aber das war mir egal. Weil um 20.15 Uhr, Treppe, Hut, weißer Schal. Morgen. Und problematisch war hier die deutsche Sprache. Ich kam hierher, ich konnte kein Wort Deutsch. Die Kellnerin läuft vorbei, Boris will einen Kaninchenkaffee bestellen. Kellnerin, Kellnerin, bitte für mich noch ein Kaninchenkaffee. Oder Umlaute. Das war so schwierig für mich. Ü. Hat ewig lang gedauert. 55. Über, übermächtig. Düsseldorf. Konnte ich nicht aussprechen. Weil wir Kroaten, wir haben kein Ü. Bei den Türken ist das anders. Es gibt ja diesen Witz, beim türkischen Glücksrad. Ich kaufe ein Ü. Ding, 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 ding. Wir Kroaten statt Ü sagen wir I. Wir sagen nicht 55, sondern 55. Düsseldorf. Und es gab peinliche Situationen. Müssen Sie sich vorstellen, Boris ist gerade so zwölf Monate in Deutschland. Und ich gehe einfach in Ludwigshafen in den Supermarkt. Minimal. Da, wo jetzt Rewe ist, war vor 15 Jahren minimal. Ich gehe einfach da rein und will einfach banal frische Milch holen. Früher war die frische Milch in der Tüte. Und ich finde es nicht und gehe auf die Verkäuferin und sage, Entschuldigung, Verkäuferin. Haben Sie Milch in den Tüten? Nein. 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 Wissen Sie, mein Problem ist, ich mag kein klassisches Theater. Nein. Letztens habe ich mir Hamlet angeguckt, in der modernen Version. Da hat Hamlet in der modernen Version in einer U-Bahn gespielt. Und alle Darsteller waren nackt. Komplett nackt. Die trugen nur Masken. Nach 60 Minuten war Pause und da sagt die Frau neben mir, Sagen Sie mal, junger Mann, Sie gucken schon nach, denke ich. Und ich ohne zu überlegen, ja, weil einer der Hauptdarsteller kommt mir bekannt vor. Mein Vater war sehr stolz auf mich. Er hat mir alles gezeigt. Und dann hat er irgendwann gesagt, Junge. So rennenkroatischer Väter. Junge. Siehst du diese Brücke? Die hat dein Papa gebaut. Und siehst du hier ein Bahnhofsgebäude? Das hat dein Papa gebaut. Und siehst du hier 14 Stockwerke? Hat auch dein Papa gebaut. Als kleiner Junge hatte ich das Gefühl, dass mein Vater Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg alleine aufgebaut hat. Ich dachte, mein Vater war die Trümmerfrau. Und für meinen Vater war das der größte Traum, dass ich auf der Bau arbeite und Fußball spiele. Was ist aus mir geworden? Ich mache Kabarett und in der Freizeit tanze ich Ballett. Für meinen Vater war es sehr schwer. Meine erste große Theaterrolle hatte ich in einem Staatstheater im Musical La Cage a Four. Ein Käfig voller Narren. Ich habe einen Mann in Frauenklamotten gespielt. Eine Transe. Sie müssen sich vorstellen, wie mein serbischer Vater reagiert hat. Ich kam so mit 15 Zentimeter hohen Absätzen auf die Bühne. Ich war die russische Olga. Ich habe so mit der Peitsche geknallt. Ruf mich an. Ich bin die Olga. So nass wie die Olga. Wissen Sie, was das los war? Mein Vater ist ausgetickt. Du bist nicht, du bist unmöglich. Du ziehst Frauenklamotten an. Du bist nicht mehr mein Junge. Ich habe gesagt, Allah, jetzt bin ich ein Mädchen. Und dann hat mein Vater sechs Jahre mit mir nicht gesprochen. Wissen Sie, ich habe nichts gemacht. Ich habe niemanden belogen, betrogen. Ich habe niemanden umgebracht. Ich übe nur den Beruf, den ich über alles liebe. Und er hat mit mir nicht gesprochen. Ich habe gesagt, okay. Die Nabelschnur muss ab. Und dann haben wir sechs Jahre lang nicht gesprochen. Bis vor zwei Jahren. Hatte ich Eintrittskarte für mein kommende Programm gekauft. Saß in der ersten Reihe, ohne dass ich das weiß. Und die Show war super. Die Leute sind ausgetickt. Und ich blicke und sage, oh Gott, das ist mein Papa. Und ich merke, wie stolz er war. Wissen Sie, der hat gestrahlt wie Fukushima. Er hatte so drei, vier Tränchen. Und er war so stolz auf mich. Und das tat so gut. Und er war so stolz, dass er mitten in der Show, ganz laut, zum unbekannten Sitznachbarn sagt, Denn da oben habe ich gebaut. Vielen, vielen Dank.